Und voran schreiten wir Eilen des Schrittes. Es ist schon der 12. August, die Kernprobe geht immer noch weiter und der Kalender wird gleich hochgehalten und ich hoffe, dass es wieder richtig ist, was ich dann sagen werde. Schauen wir einfach mal die Frage. Ist im Nerdface Kalender diese? Wie heißt der Astronaut, der im gleichnamigen Spiel die Pikmin kommandiert? Oh ja, der knuffige, wo war es zuerst? Gamecube, glaube ich. Und dann auch wie? Und seitdem tief verschollen. Olimar, Captain Olimar ist es. Captain Olimar, jawohl.